Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über den Tagesablauf. Today we speak about daily routine. Und dafür habe ich ein Video für euch gemacht. For that I made a video for you. Und ihr findet die Übersetzung in der Beschreibung. You find the translation in the description. Los geht's! Wir schauen uns das Video an. We have a look at the video. Ich bleibe noch ein bisschen im Bett liegen. 9 Uhr stehe ich auf. Ich gähne viel. Dann gehe ich ins Badezimmer. Ich gehe duschen. Dann ziehe ich mich an. Danach putze ich mir die Zähne. Ich trinke Kaffee. Ich gehe zur Arbeit. Tschüss! Bis später! Tschüss! Von 11 Uhr bis 16 Uhr arbeite ich in meinem Büro. Dann gehe ich nach Hause und esse Abendbrot. Danach räume ich die Wohnung auf. Abends schaue ich einen Film. Ungefähr 10 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe schnell ein. Und die Hausaufgabe. End the homework. Wie ist dein Tag? Hallo!